Hey, Aaldieb! Stehen bleiben! Moin Freunde und ein kräftiges Ahoi hier aus Waden an der Müritz im Dock 10. Der Tag nach unserer Radioactive Backfisch Challenge. Nehme ich euch heute mit. Heute gibt es was seriöses. Unsere Rauchfischsülze und wie wir die machen zeige ich euch jetzt. Also drange bleiben! So, hier machen wir jetzt schön Saibling. Makrele. Rühren, rühren, rühren. Das muss man spüren, spüren, spüren. Man muss auch mal Hände waschen, ne? Ja. Wie heißt das jetzt fachbegrifflich? Julienne. Julienne-Gemüse. Julienne-Gemüse steht für feine Streifen. Makrile. Aal. Weiter geht's mit Forelle. So, die Becher sind ja hier Tellergericht, ne? Ja. Und Gläser gehen nach vorne in den Verkauf. Ja, ja. Juhu. So, jetzt wird er schön zugedeckt. Ja. Mit Julienne. Feine Streifen. Hm. Der Fong wird es richten. So, Deckel hoch. Dann geht's in die Kühlung zum Festwerden. Genau. So, und wenn wir dann fertig sind, gibt's hier noch so ein schönes Etikett mit Prüfsiegel. Und dann geht's nach vorne in die Theke und wartet auf euch gekauft zu werden. So, und was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, frei von Konservierungsstoffen. Ja, selten, aber das gibt's noch. Ihr habt's gesehen, von Anfang bis Ende. Kommido. Vielen Dank.